Bis morgen. Nö, das kannst du doch jetzt nicht machen. Na doch. Nein. Doch. Nein. Wieso nicht? Ich gestatte dir das nicht. Ein kleines Ründchen. Ja, der Schotte gestattet nicht, dass du jetzt das Etablissement verlässt. Denk jetzt an meine Eltern. Ja, ich denke daran. Ich denke mit vollem Gewissen daran. Mit 20% meines Gehirns. Kleinhirn. Oh, nee. Also bis morgen. Nein. Doch, doch. Liegeblieben. Drei Minuten hältst du noch aus. Komm schon. Und dann? Dann ist 12 Uhr. Ja. Ja, dann ist 12 Uhr. Genau. Dachte 0 Uhr. Ja, 12 Uhr nachts. Ja, 12 Uhr nachts. 0 Uhr in 24 Stunden Form. Stimmt. Eine Mutter hat ja auch Geburtstag dann. Nein. Ich habe Geburtstag. Wieso? Wie gesagt, meine Mutter Geburtstag. Meine Schwiegermutter, die Mutter meiner Frau. Hat dann Geburtstag. Stimmt. Am dritten, dritten. Ja, genauso wie ich. Ja, genauso wie du. Meine Schwiegermutter ist noch einiges älter wie du. Genau. Die ist am dritten, dritten 33 geboren. Echt jetzt? Nein. Am dritten, dritten 33 geboren wäre, das wäre ja dann... Ja. Das wäre voll geil. Ja. Ja. 101. Genau. Aber das Datum wäre geil. 3, 3, 3, 3. Ich glaube, das wäre dann wirklich ein Gag. Wenn wir noch ein paar Jahre warten, dann hätten wir den dritten, dritten, 3333. Ja. Ja. Oder den zweiten, zweiten, 2.200. Oder den... Nee, ist gut jetzt. Am dritten, dritten... Am dritten, dritten, 33 wurde sie 33 Jahre alt. Da sagt sie. Ja. Dir ist schon klar, ich muss meiner Frau jetzt leider Gottes mal recht geben. Was denn? Wer am dritten, dritten 33 geboren wurde, ist jetzt nicht 101. Das stimmt. Aber das hat ja keiner aufgepasst hier. Ja doch, meine Frau. 7, also 70 und 40. Die ist noch nicht mal im TS. Jetzt rechnest du nicht wirklich nach, oder? 84. Oh, drück nochmal die Schulbank. Oder? 3... Die... Die 30 minus 14 macht nicht 84. Ja, ja, ich weiß. Ja. Es ist spät Abend. Also wir sind... Ja, aber nur so ein Stück vorbei, ne? Ganz... Ganz hartknapp. Äh, wo ist es? Soho, die Zeit läuft! Also, gute Nacht. Nee, 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 nee. So geht das hier gar nicht. Du hast jetzt noch genau 15 Sekunden von deiner alten Zeit. Und, äh, sage, was du noch sagen möchtest, bevor du geköpft wirst. War ein super Abend mit euch. Das ist schön. 3... 2... 1... Bei mir ist du nur noch. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlich willkommen. Alles Gute zum Geburtstag, wünsche ich dir. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Meine Mutter hat gesagt, ich soll dir gratulieren, auch wenn ich dich überhaupt nicht kenne. Du bist doch doch... Abgesprochen war eigentlich, dich ein wenig in, äh, hier, äh, zu behalten, äh, und während das Spiel ist ein Happy Birthday übrigens, äh, äh, ich weiß nicht, was du gerade gesungen hast da, zu singen. Äh, das, äh, ja, das war ein älteres Lied, das war damals vom Badesalz. Ja, schön. Klang auch danach meinem Salz. Mein, mein Badesalz ist aufgebraucht, Entschuldigung. Happy Birthday to you, mach den Kopf auf und zu, guck in die Augen, draus ist schön, guck das Gehirn auch noch dazu. Was? Wovon redet der Mensch? Keine Ahnung. Von Drogen, mein Freund, von Drogen. Ja, ja, wer hatte das eigentlich mit diesen bunten Bildern vorhin? Äh, ich glaub, Pac-Man. Das war Pac-Man, oder? Äh, ja, Pac-Man war das. Das war Pac-Man, ja, was für Drogen nimmt der eigentlich? Ja, genau, was für Drogen nimmt der eigentlich? Äh, der lutscht, der lutscht, äh, Weinbergschnecken ab, wenn sie noch leben. Äh. Hm. Ne, mein Lieber, alles Gute zum Geburtstag am 22. Auch wenn du dich steinalt fühlst. Es geht älter. Ja, es geht älter. Von mir aus auch alles Gute, der Schott lässt mich immer nicht zu Wort kommt, also versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen durchzuquatschen hier. Heavy mercy, äh, auf jeden Fall. Äh, ja, wir werden uns sicherlich, äh, den... Hat er irgendwas gesagt? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall alles Gute und, äh, ja, wir werden uns sicherlich, äh, dann hören und, äh, auch mal sicherlich eine Runde Lotorten. Natürlich. Mein Typ, der hier, äh, gerade so komisch grinst, der Germane, den finde ich richtig gut. Ja, lass es so gut gehen, lass dich feiern. Und, ja, viel Spaß. Danke, danke. Und euch noch einen schönen Abend. Auch so. Juhu. Tschö. Tschö. User disconnect.